Herzlich willkommen zurück bei einem Let's Play von Ace of Spades, wieder mit mir, euren 1278 und... Ich hoffe, heute ist er mal etwas lauter. Wenn nicht, werde ich ihn noch etwas lauter stellen. Das mache ich mir jetzt eben kurz. Also, er müsste jetzt lauter sein, hoffe ich. Und dann geht's auch sofort los. Da seh ich doch schon jemanden. Ey, Jalli, komm her. Komm her, Jan. Ach ja, den hab ich auch da. Bist du Sniper? Ja, ja. Ja? Der Loser ist hochgegangen. Hey, der ist... Alter, wo ist die... Nein. Jetzt ist er im Urwald. Buschmensch. Hm, merkwürdig. Ach, dann such ich mir halt. Wow, ich seh ihn. Ich hab Sichtkontakt. Sich Kontakt hergestellt. Aber die Karte ist cool. Dankeschön. Glaub ich, er auf Panzer... Also, wenn wir hier mal Verstecke spielen, weiß ich ganz genau, wo mein Versteck wär. Und zwar... Ich hab grad ein Camper. Ein Camper. Camper auf 12 Uhr. Ja, toll. Ich seh nicht so wie du, leider, ne? Oh, oh, oh. Da kommt der Janni wieder. Na, komm her, Janni-Boy. Komm her. Ja, Jan-Nuke. Na, super. Och, nee. Ich bin grad auf meinen eigenen Trick reingefallen. Scheiße, scheiße. Irgendjemand war hier doch. Mr. Pommes. Okay, wo ist jetzt dieser Schrotflinken-Typ? Hey, to the bless. Das bist du. Oh, sorry. Ich hätte dir fast eine Kugel im Kopf gejagt. Ja, danke. Ja, die sehen alle so gleich aus. Also, Gruppenmord... Fucking! Da sitzt ein Sniper auf dem Dach! Da sitzt ein Sniper auf dem Dach! Ja, ich weiß. Ich bin grad dabei, ihn abzuschießen. Ja, bitte. Da bist du. Ich seh dich und er schnallt mich ab. Okay, okay. Ich hab ihn angeschossen. Ja, ich seh hinterher. Du siehst mich. Ja, ja, ich seh dich. Jetzt. Warte, ich komm von hinten. Äh, äh, ja. Ach, das ist ja einfach für uns. Ja, ich glaub aber, damit rechnet er. Und er ist auch schon... Aber er ist weg. Warte, ich wär fast aus einem Mina getreten. Oben links Sniper. Auf 12 Uhr. Ach, Major Pommes! Ach da, verfickte Schicksal! Du, Alter! Der Pommes, der Mr. Pommes. Ja, also Respekt an dich. Du bist ziemlich gut. Wer? Na, Mr. Pommes. Ja, das stimmt. Aber Mr. Pommes... Äh, ich glaub's nicht. Da legt er da einfach in den Turm... Tschüss! Ich seh dich, dich Kontakt. Guck mal, links neben dich. Da, siehst du mich? Nein. Äh, nee. Du bist grad in so'n Kästen gesprungen. Ja, was ist da, wie denn der? Nee, ich lauf grad durch den Dschungel. Dschungel? Du Buschmensch, ey. Ja, klar. Dschungelcamp! Ja, da ist Dschungelcamp 2015 noch nicht noch brandneu. Also, beziehungsweise Dschungelcamp 2... 2 Hypo... Äh, 2000... Ja, Tom Nicola... Lauf erst mal eiskalt! Ey, wer ist hier der Noob? Der da. Ich doch wohl. Warte! Ich schlau... Ich, ich bin Meter weit daneben gelaufen, Albert. Ich muss eigentlich mal auch Sniper nehmen, ne? Ja. Jetzt bin ich ein Sniper-Camper. Äh, Sniper-Dunkel-Camper. Kommt her! Also, liebe Zuschauer, wenn ihr mal mitzocken wollt, müsstet ihr mich einfach ernten. Ey, ey, Mr. McDonalds! Ja, ich hab jetzt, glaub ich, auch schon ein super, äh, folgender, aber... Ja, ich weiß noch nicht. Alter, wie viel sind denn hier? Warte! Es ist 3 gegen 3, um genau zu sein. Aber die, die haben gerade alle an einem, an einem, äh, Ort gespawnt, Alter. Asozial. Fucking. Ja, normal. Ey, hä? Ich werd gerade abgeschossen, aber ich weiß noch nicht von wo. Ihr Noobs, ihr Noobs! Komm, jetzt, ja, Nummer 1 ist tot. Und dieser Nummer 2 ist noch nicht tot. Sir Snickers. Also, super! Also, im letzten Let's Play von, äh... Meiner Seite. Von, äh, wie heißt der Nummer 12H78 ist ja mein Name noch Mr. Snickers, aber ich hab mich zu Sir Snickers, ich weiß, dass das ein bisschen blöder klingt als Mr. Snickers. Umgenannt war jetzt auf Steam, wenn ihr mal nachschaut, gibt's eine Million Mr. Snickers. Und Sir Snickers gab's noch null. Ey, warte, ich snipe ihn mal kurz, deinen komischen Umbringer-Typ. Ey, geh mal weg, ey, jetzt, renn doch nicht weg! Ja, Mario Pummel ist German. Ach, der ist German? Kann sein, dass das dein Kumpel auf Dings ist, weil du gerade noch so gebattelt hast, Mr. Snickers. Ja, ist er. Du willst da jetzt stoppen? Oh! Oh, Ablenkung. Alter! Die spawnen hier alle an einer Stelle, das ist ziemlich unpraktisch. Da, 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 ich hab nicht Kontakt. So. Erstmal ein paar Raketen raufballern, ne? Kann ja nie schaden. Ey, das war gerade mein Plan, das wollte ich gerade machen. McDonald's, jetzt geht's euch an den Kratzer. Badabababada. Ja, jetzt ist auch noch dieser andere Wicker da. Wow! Äh, also, ähm... Äh, kannst du eigentlich irgendwie... Ich frage, ich lieber nicht... Warte, schreib's mal kurz. Ich schreib's dir mal kurz. Das, das sieht man genauso. Ähm... Wenn... Du mir was schreibst, sieht man's genauso. Ich weiß. Äh, seitdem ich schreib's dir auf, äh... Ich glaub dann auch. Alter! Boah! Major! Ihr regt mich echt auf, ihr blöden Blauen! Boah, fick dich! Äh, 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 könnte ich machen, aber nein, mach ich nicht. Aber da sieht man mich doch so von der Scheißseite. Hey, da ballert jemand auf... Alter! Major! Hä? Ich hab doch... Ach, nee, Jan-Luca hab ich auch... Major, friss meine Raketen! Ja, schmecken bestimmt lecker nach... Alter, ich hab noch ein Leben! Ja, ich hab ihn bekommen. Hui! Hui, hui! Seid ihr? Kommt her, hün-chen-hün-hün-hün-hün. Kommt her. Alles zu sehen in meinem Let's Play! Hey! Ah, da ist jemand! Ich hab ihn gefunden! Aua, 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 aua! Ey, 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 ey! Von beiden Seiten! Das ist unfair! Ja, das stimmt. Das ist sehr unfair. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Muss ich dich leider... Ah, fick dich, Mr. Rumpf! Muss ich dich leider... Oh! Alles okay? Mr. Black Donald, jetzt komme ich... Bdubdubdubdubdub! Leck mich! Also nicht du, sorry! Da! Ihr wisst ja, dass uns... Diese Ausdrücke sind nicht zu verwenden. Dafür könnt ihr zu euren Eltern die schlimmsten Ausdrücke der Welt. Wisst ihr noch, wie sie sind, das sehen? Du bist so super, du bist der netteste Möchel, den ich kenne. Und du bist so wunderschön! Aua, jetzt hör doch mal auf! Das dürft ihr niemals zu euren Eltern sagen. Das sind die schlimmsten Ausdrücke, die es auf Erden gibt, die je erfunden wurden. Auch nicht in Englisch. Auch nicht in Englisch. Das übersetze ich mal kurz. Oh, ja, oh, egal. Wow, egal. Oh, dieser Scheiß-Fling hier. Das sind meine Raketen! Ja, Englisch... Wow, your English is not very good. Ja. Ich bin der Beste. Nein. So. So, erstmal ein bisschen Unkraut rasieren hier. Unkraut rasieren. Unkraut. Ach, das bist du, Wadrig. Komm mal kurz zu dir. Ich bin im Tunnel drin. In so einem geheimen Garten. Ich grabe um. Erstmal Garten umgraben hier. So. 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 Das stimmt. Okay, jetzt reicht aber. Ja, duik. Die müssen ja auch noch weiter wachsen. Ja, woher denn, he? Alter! Ja, ich hab noch neun Leben. Wir kommen gerade von alle Seiten. So, einmal den, einmal dich und einmal dich. So, dreifach Kill. Alle drei auf einmal hintereinander weggesniped. Äh, weggeballert. So, ich schenke dir ein Geschenk. Ey, bleib doch mal stehen, ich will dir ein Geschenk geben. Ich hab dir auch welche gegeben. Aber so richtig... Achtung, hinter dir ist Sniper. Danke. Ja, jetzt renne ich auch noch fast. Kein Ding, kein Ding, ich hab ihn erledigt. Jetzt pass doch mal auf, ey. Und schieß mich nicht mit Raketen ab, hinter dir, genau hinter dir, du bist gleich weg. What? Alter, lass den in Ruhe. Ich hab gesagt... Alter, was... Das war jetzt so gut, das war jetzt so gut, ey. Alter, der ist... Der ist gut mit der Schrott. Geh mal kurz weg. Ja, Killklauer, ey. Ja, du hättest es nicht bekommen. Ja, regt mich auf, diese Sniper. Das ist doch keine Sniper-Map hier. Ob ich schon angefangen hab mit aufnehmen? Nee, nee, nee. Ich tu nur so. Nicolaas. Nein, das Spiel läuft schon zwölf Minuten, aber nein, ich hab noch nicht aufgenommen. Doch, lach den ruhig aus. Lach den ruhig aus. Du, der hat leider kein Sprach-Chip oder sowas und kein Sound-Chip und auch kein Headset. Und der ärgert sich grad sehr derb ab, aber ich kann's nicht ändern. Ähm, wir müssen gleich noch klären, was ein Sound-Chip ist. Oh. Beziehungsweise Sound-Card oder wie das heißt. Ja, hinter dir. Hä? Ach, nee, doch nicht hinter dir. Hinter dem anderen, äh, wie heißt er? Da, Mayo Pommes. Oh mein, jetzt hätte ich... Jetzt wäre ein Sniper gut gewesen. Ich hätte... Ey, Nicolaas ist raus aus der Lobby. Hast du den gekickt? Hä? Nee. Nein, nein, geht ja gar nicht. Ach, nee. Hä? Achso, ich war im falschen Team. Hm, wen kicke ich denn? Nein, nein. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Übrigens, alle, die, äh, einverstanden damit waren, die vorher abgefragt haben, ob die Bock auf ein Let's Play haben, sind Jan Luca, ähm, dieser... Also ich? Ich? Ich bin auch damit einverstanden. Äh, ja, und... Also deine Seite. Du bist, glaube ich, auch damit einverstanden. Äh, ja, sorry, peinliche Schweige, äh, Minute, sorry, mir ist aber nicht eingefallen, was ich gelabert habe, also... Nicht so wichtig, das ist passiert mir auch immer. Okay. Äh, jetzt habe ich mich schon wieder hier in diesen Unkraut verlaufen. Das regt mich auch auf. Ich dachte, das ist dein schönes... Irgendjemand ballert auf mich, ey. Ja, mein schöner Garten, haha, lol. Ha, 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 ha. Super, Lukas, Respekt also für diese Meisterleistung. Ich weiß zwar noch nicht, was du gemacht hast, aber... Respekt, ey. Blü, 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 blü. Nehmt ihr schon auf? Ja! Ja, schon seit, keine Ahnung, wie vielen Minuten. Ha, 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 ha. Ganz ehrlich, manchmal tut ihr auch eine... Ha, 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 ha. Und? Och, ehrlich. Ha, ha, ha. Bitte, ähm, diese Ausdrücke, also das sind keine Ausdrücke, das sind liebe Worte. Ja, ich weiß, ich sag das nur damit, glaube ich, dass ich liebe Worte und sie nicht... Alter! Blablabla! Wisst ihr was? Du Penner, du! Oh, ich fühle mich zutiefst getroffen. Bist du das? Ja! Ich bin Mr. Snicker. Ja, dann pass mal auf, du bist da unten abgeballert. Ja, immer. Ja, total Typ, äh, ja, so geiler Typ. Ja, der geilen Charakter. Also, ich werde dich gleich auch anschreiben, wirst du merken, und dann kannst du dich gleich selbst bewundern. Wie du stirbst! Oh, das war Mayo. Oh. Ja, Mayo. Gleichzeitig. Mayo, wir wissen alle, dass Mayo mit Pommes nicht... Das stimmt. Ey, du wolltest doch eigentlich mal zu, äh, du wolltest doch eigentlich mal fucking, ach, das bist du. Äh, 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 in deinem Let's Day heute hier so schnell reden wie gestern. Äh, äh, ja, also dazu muss ich sagen, liebe Zuschauer, ich hab gestern wie die Sau schnell geredet. Und wenn ich die ganze Zeit so schnell rede, also das will ich total nicht gut finden, weil, ey, Alter, man versteht mich dann überhaupt nicht. Und irgendwie fällt mir auch gar nicht ein, was ich da sagen soll. Und dieser Mayo Pommes, äh, Alter, der ist so top, Alter, der schießt mich die ganze Zeit voll heftig ab in den Po. Ey, das ist krass. Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, genau so schnell hab ich gestern auch gesprochen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man überhaupt ein Wort verstanden hat, ich selber hab mich nicht verstanden. Alter, wer hat mich abgebaut? Abgebaut? Alter, jetzt geh doch mal weg, du! Komm, Niklas. Vincent von der Vogelwiese. Ach, nee, ist jemand anders. Bam, 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 bam. Ey, du! Hey, ich bin schon angeschlagen, also. Nimm Rücksicht. Geht doch. Hallo. Vorsicht hinter dir, Schmurt aufzunehmen. Ah, du Idiot, genau über dir. Wie geil war das denn? Scheiße. Ist weg. Jetzt klar, ich bin nach Schmurt rum. Mann, Alter, das ist mir so falsch, ey. Ich schlag so viele Ausdrücke und das ist... Ich versuch mich so gut wie möglich zu kontrollieren, aber manchmal klappt es nicht. Also bitte verzeih dir meine Ausdrücke. Du dämlicher Penner, also wirklich, du musst da mal drauf achten. Ja, aber wir haben ja noch nicht die Schlimmsten ausgekauft. Also, es gehört dazu. So ein perfekter Mensch. Perfekter geht's nicht. Alter. Oh, nett. Oh, das waren die schlimmsten Zocken. Ähm, wo sind die denn jetzt hingelaufen? Hallo. 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 Ich bin hier auch gerade am Arsch der Welt. Am, am, am Super der Welt. Am Super der Welt. Ja. Warte, bleib mal kurz stehen. Ich kill dich jetzt. Valentina. Ey, warte, hilf mir mal mit Valentin. Fucking, ich kann... Oh, der heißt ja gar nicht Valentin. Sorry, sorry, Vincent. Sorry, sorry, sorry. Ich hatte gerade irgendwie... Na ja, okay, du hast dich gerecht. Scheiße. Ey, Vincent, nicht gehen. Keine Angst. Wir tun dir nix. Wo sind die denn jetzt hin? Also, was mir richtig fahren macht, ähm, ist ja die Map, äh... Also, ich hab die, bevor ich mit dir gesagt hab, über alles garst, ganz ehrlich. Und, ähm, die... diese Double Dragon, ne? Ja. Sie ist voll gut, aber ich will die nicht jetzt erzählen, weil sonst würde ich sagen, weil ich wenn wir immer nur diese Map erzählen. Sehr weise, sehr weise. Hätte von mir kommen können. Hä? Ja. Wo sind die denn jetzt? Hier, wisst ihr... War das nicht gerade ein Blauer von mir? Jan-Luka geht mir gerade sowas von auf den kleinen, miesen Superkerl. Ist so ein... Ja, wie kriegt... Auf meinem Bildschirm sehe ich das so schlecht. Ihr seid so klein. So klein. So klein. So klein. Du beleidigst mich gerade zu tief, aber man soll sich ja nichts draus machen. Kann ich ja nix für. Ey, kann mal jemand auf diesen verdampften Jan-Luka gehen, auch wenn das mein Team, äh, Freund aufs Team ist? Ja, 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 wenn ich sie sehe. Oh, die Aufnahme endet gleich schon wieder in einer Minute. Also, herzlich willkommen in der letzten Minute. Genau jetzt! Smile, Pommes! Wie kriegst du... So, für die letzten 50 Sekunden... Okay, okay, okay. Ich streng mich nochmal richtig an. Wir sehen uns dann. In drei Tagen. Nein, nein. Wir sehen uns... Wir sehen uns in der Hölle. Bis da. Endlich hab ich mich mal entdeckt. Major, Pommes, du alter, ey. Du... Kleiner Banause. Sorry, ich hab dir den Kill geklaut. Ja, das hab ich... Da ist Lukas, da ist Janni, da ist Janni, da ist Janni, Luki. Das ist da, Luki, Janni. Äh, sorry, aber, ähm... Und da ist schon wieder Mario. So, bis auch weg, Alter. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Danke, dass Sie sich dieses Let's Play angeschaut haben. Bitte abonniert, 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 was das Zeug hält, bis ihr nicht mehr könnt. Und ich würde sagen, zum Schluss willst du noch was sagen? Ja, also, das war das Ende von Let's Play Ace of Spades Numero, ich glaub, 14, Folge 14 müsste es schon sein. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Vielleicht wieder zu zweit. Tschüss. Ciao mit SCH.